Fünf auf Null und dann geht unsere Schlange los. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und eben fast da einig. Von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Da wird, die Kellner haben jetzt Pause, wir rollen das Buffet von hinten auf. Die Post geht ab, wir machen jetzt ne Sause, der Bär ist los, bald hab ich hier. Die Wahl, das Orchester auf der Bühne packt der Wahnsinn, der Pianist reißt alle Tasten raus. Die Tumorbristen, wo man das zu geben, denn die Regen, der Bein und schreit. Recht aus, wir kriegen klein, die Löcher aus den Fesen, denn nun geht sie los. Unsere Polonesen, von Raffinesen bis hinter Puppertal. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und eben fast da einig. Von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Wir kriegen klein, die Löcher aus den Fesen, denn nun geht sie los. Unsere Polonesen, von Raffinesen bis hinter Puppertal. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und eben fast da einig. Und von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Und von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Und von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Und von hinten an die Schulter, das gibt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Drei Mal bei der Olympiade dabei als Ringer. Er war zweimal Europameister im Ketschen und geht heute in Pension. Und er war 24 Jahre Leiter dieser Sporthalle. Eugen, für die Pension, alles Gute, danke für alles, was du für uns getan hast. Der Fernsehbastel soll dich erinnern, deine Frau soll gut zu dir sein und bleib gesund. Ich danke dir vielmals. Danke, danke vielmals. Eine schöne Pension und bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. So, liebe Freunde, das war's. Siehst du das, wenn es am meisten Arbeit ist, Kriegsteiglas und Sekt. So, das nehmen wir jetzt gern. Ich wünsche Ihnen zusammen mit allen meinen Kollegen ein gutes neues Jahr. Ihnen allen, wo Sie uns zuschauen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie unsere Freunde und dass alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Oder sagen wir mal, fast alle. Wir wollen nicht unbescheiden sein. Wir alle, wie wir hier sind, in der Halle, hier heroben, wir alle wünschen Ihnen das Beste. Und wie gesagt, wir sehen uns ja dann wieder im nächsten Jahr beim Stadel. Und da werden wir jetzt sagen, anstoßen. Und ich würde sagen, wir zusammen sagen jetzt ein herzliches Prosit, naja. Prost. Prost. Wie geil, wie geil, gestrickt in dieser Art, so kann ich denn so, so, ganz schön. Aber es wird nur großer Kinder und die Gäste, der auch nur etwas, was die Fände kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020